Moin! Was geht denn? Ach ne, die andere Tür. So, hallo Vlog. Wir gehen jetzt erstmal baden. Erstmal baden. Dann vielleicht mal in die Stadt, vielleicht geh ich noch zu Friesa. Weil ich hab's echt nötig. Ja. Und ja, ich helf ihm. Mal sehen, was so geht. Moin! So, das ist jetzt der Nachmittag. Wir hatten unsere kleine Siesta gehalten. Und jetzt laufen wir in die Stadt. Oder in Park und Letten in die Stadt. Guck mal, wo wir vorbeikommen. Am Basketballstadion. Von Madrid. Mit meinem Dresdler stehen. Ja. 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 Wir haben uns dieses Stadion angeguckt und jetzt gehen wir erstmal in den Park und dieser Park ist echt übel schön, der ist richtig gut gepflegt erstmal und dann auch richtig riesig. Richtig riesig. Dann gibt es noch so ein Glashaus und das ist echt alter, richtig nice, da können wir auch reingehen. Jetzt sind wir schon beim Park und gelangt, guckt die heiligen Tore des Parks. Als wir schon gestern durch den Park gelaufen sind, ist es schon aufgefallen, dass es hier einfach mega viele Pärchen gibt und ich glaube, wir machen einfach mal einen Pärchen-Counter und dann sehen wir, wie viel wir finden. Wir werden vielleicht 10 Minuten oder so. Und jetzt noch da hinten sind wir jetzt an so einem See und da ist echt Pärchen-Overload, falls er doch übelig schön ist. Bis zumal. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir sind jetzt richtig in der Innenstadt und wenn ich jetzt mal filmen, werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass hier überall so Regenbogenflaggen sind. Das liegt daran, dass hier so eine Feier ist für Schwule und Homosexuelle, Rechte und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Jetzt wirklich überall Regenbogenflag. So, wir sind hier gerade im App-Laden und hier habe ich einen Teil gefunden. Das ist einfach mega geil, wer es ein bisschen kennt. Das ist einfach so, egal was man macht, egal was man macht, ist auch gerade geil, egal was man macht. Aber auch ziemlich teuer. Boah, kann man mir jetzt bei Taco Bell bestellen. Ich liebe Taco Bell. Alter, auf meinen Namen. Mein Name. Ohohoho. 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 Das war geil. Und die Käpse-Sauce ist auch da und das Trinken ist auch da. So, wir sind jetzt nach Hause gesteppt. Es ist schon ein bisschen spät. Nee, eigentlich ist es gar nicht spät. Nein, aber wir sind zu Hause und das Video ist jetzt zu Ende. Ich hoffe es hat euch gefallen. Zeigt es eure Eltern. Abonniert meinen Likos-Kanal. Abonniert meinen Kanal. Abonnieren, liken. Ich will bis morgen 200 Follower sehen. Und Familie zeigen. Zeigt ihr das einfach und die sollen auch abonnieren. Denkt dran. Und wenn ihr wollt, schaltet noch die Glocke ein. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein Video von mir auch geladen wird. Ciao. Und morgen oder übermorgen gibt es noch mehr. Also geht's auch da. F î inferior bei mir auch. Und jetzt? Ja… Wann hann werden. Nein, das ist alles 선생님, aber ich muss uns Jersey造 sein. Jst da nach einem kleinenASchLUM-Wäche. Ich skal mal zeigen und von einem kleinenASchLUM-Kanal. Manja 140. So.